einen wunderschönen guten tag und willkommen hier zu einer neuen folge der weltherrschaft ganz nahe nicht mal so sagen darf im grunde haben wir jetzt los noch die zwei großen länder hier lust so ein paar kleinere hier muss man mal gucken ob man da das ist ein rot schaffen hier das problem ist ja immer so ein bisschen dass man da nie so wirklich 100 prozent frieden hinkriegt müssen mal sehen das ist das noch ein bisschen weiter laufen so diverse rebellien hier noch die darum stehen man soll sich auch kein problem sein sehr schön oben auch noch so 23 ich glaube trümpeln er hat aber nur das da oben ok müssten hier noch schauen dass man die kleinen bekriegen 81 erst waffen schüchtern zu ende ergänzt und hier abpatschen noch achten gar kein wollen ja sowas hatte ich hier nicht noch nach mir ist die tücke tödelt wurden scheint fast so nie die ist hier ok was mit dem hier auch erst 85 aber schul lang gehen wir da unten mir schon neun einstellen aber keinen den man befördern könnte ist aber sehr doof gott habe ich jetzt eine auf und kohle ok nicht schlecht nicht schlecht ich würde gerne auch so dings belagern danke so was aber auch das mache eigentlich so meine 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 okay was sagt das hier im juni ist in die pferde kommen so lange kann man auch noch warten derzeit steigt das hier noch ein bisschen und passt das schon wir haben ja zeit haben sie nicht eilig nur wollte ich meine schiffe hier drüben ok die karte bestanden noch eine armee rüber ziehe kannst auf jeden fall mal dahin da ist noch eine armee da sind armeen ja da holen wir den auch hier rüber zur sicherheit auch wenn wir es wahrscheinlich nicht brauchen werden aber ist ja egal ist ja nicht so dass wir keine armee hätten ok wieder ein paar kampungen sind das ist auch noch so ein kleiner blöpf sehr schön irgendwas konvertiert noch ja one fake schafft man ja so auch nicht mit dieser religion eine art von religion das ist dann eher doof aber was soll's das große mongolische reich ist halt sehr liberal so geil jetzt habe ich gerade die armee gezogen na gut soll mir ruhig sein ach hier unten weil das alles so kamerungen sind so wunderbar der künstliche wieder rebellen okay ich komme rüber ist ja gar nicht nervig also jetzt habe ich gar nicht weiter belagert brauche ich das noch mal gucken so ich hätte gerne einmal alles wenn das geht wir fahren wir hier unten an wenn das ganz afrika wird mal so dankeschön und dann einmal hier oben gib mir deine küsten wunderbar von der lektion reicht nicht ganz ganz knapp ein bisschen müssen noch warten eine riesige kollektion gegen uns okay dann müssen wir noch ein paar pünchen machen die waren doch nicht so ganz na gut soll jetzt nicht das problem sein was ist mit dem hier ach das ist gut wenn ich das erobern dann brauche ich das nicht machen sehr schön na gut dann müssen wir hier noch ein zwei festungen vielleicht belegen das sollte helfen das garnische und schwedische ganz knapp zu spät gekommen sowas auch nö nö revolutionssendung glaubst du es dann dass die auch noch existiert die revolution wundert mich ein bisschen sollte eigentlich vernichtet sein sollte man meinen und dieses dingens hier kommt auch nicht keine ahnung warum entweder liegt es am patch könnte ich mir vorstellen das wäre eine möglichkeit weil das ja ein patch davor angefangen war hier das ganze das ist daran vielleicht liegt weder zurück geht er nicht ab dann bitte stinke ich das sage ich euch wieder keiner dabei ok schade italienisch ah der nehmen doch die hier das soll die sich mal darum kümmern so quasi mich ist das hier unten kann sein mal gucken ok ja mach das mal okay vorratsmarsch das könnte schon reichen 70 prozent nehmen noch nicht ganz nach laufende schlacht wurden da glaube ich wo kriegt man den hier zwei hügel ist jetzt nicht ganz optimal aber es gibt es noch ein bisschen kriegsstand das ist ja schon wieder ein schiff verloren die mit ihren schiffen linie er wird weggefetzt hier nicht schlecht erspricht jetzt 1a volle annexion dann hat man den ganzen dingens hier wunderbar ich gebe noch ein bisschen an hier von denen jetzt bringt ja nichts wenn die eine kürze übernommen sind dann liegt mir das ja so nicht könnte ja spaßes halber das zu machen muss spaß an der freude nehme ich mir einfach hier so ein bisschen land das ist dann die richtigen kriegen mal gucken ob das geht es ist ganz ein bisschen aufgeteilt hier dann kann einmal komplett annektiert so bevor wir jetzt wieder hier das habe ich ganze zeit vergessen gehabt das sind die aber nicht so toll so gab es noch mal den krieg erklärt dann hat nicht so es reicht mir schon hat wieder florida gekommen also ist okay jetzt sind sie sauer hat dass sie oben haben sie abgegeben okay das ist okay dann kommen wir hier rüber neue spanien ist bei uns willkommen in meinen reich dann können wir uns hier um die apachen kümmern dann müssen wir noch ein bisschen blündern wieder wie kann man denn aufnehmen hier noch an mehr viel ich weiß ich müsste es nicht machen aber holen so alles niedergeplündert da haben wir schon zu viel die mögen uns nicht besonders das kann ich gut verstehen da würde es mir nicht anders gehen dann können wir ja eine idee machen bzw eine im fortschritt aus ist teuer menschenrechte jo natürlich so jetzt könnte ich noch eine letzte idee nehmen wenn ich das wollen würde so was hier zum beispiel ich bin zwar nicht so viel aber was soll es egal ich kann es das ist die einzige intention dabei ja wie schön auch warte mal und sollte vielleicht erst mal schauen ob mich hier noch was machen kann dann wird weiter geplündert das muss alles niedergeplündert werden so viel zeit muss sein müssen dann mal schauen was man als nächstes machen wenn das hier durch ist das weiß ich nicht auch nicht so genau könnt ihr gerne vorschläge machen wird für fast alles offen könnt ihr mal schreiben ob ihr noch ein interessantes achievement habt ein kurzes am besten was nicht so lange geht weil die kampagne jetzt war jetzt wirklich lang genug ich habe zwar einige schon in den livestreams gemacht jetzt auch wo ihr übrigens auch mal vorbeischauen könntet aber so ab 17 Uhr bin ich da wenn ich zeit habe so ein zwei tage in der woche okay das ist alles interessant könnte ja mal vorbeischauen so okay dann mal gucken wir fangen hier oben an mit starten natürlich könnt ihr auch diesen kanal abonnieren wenn es nicht gemacht hat was soll es sich schon selbstverständlich selbstverständlich oder so ähnlich wow okay die atmetpunkte haben echt nicht gereicht hätte ich jetzt noch nicht erwartet okay na schön irgendwas vergessen nö der rest ist eh unter sondern okay da müssen wir dann noch ein paar campowindeln machen das soll mir recht sein wo ich könnte welche abgeben wenn wir auf könnte ich ja auch machen muss ich nicht alles selber korn das ist ja wahrscheinlich gescheiter dann haben wir auch nicht so viel überdehnung ja das ist die spanische Worte meine die mit Montag schaffen wir eh nicht mehr wahrscheinlich deine Schuldentilg muss jetzt nicht sein äh provins zu sprechen ach du hast du falsch geklickt nee nee hier die teuren provinsen können wir ihm alle geben dann passt das schon Mensch so mal gucken das reicht ist ganz praktisch hier der Button und dann spielt alles auf einmal korn so ja das sollte so gehen so dann haben wir ja nur Britannien ohne die kleinen Eingeborenen hier in der alten äh neuen Welt ja kann man dann gleich mal schauen ich kann jetzt dann eh gleich wieder den Krieg gegen England erklären dann passt das schon würde ich mal sagen diese blöden revolutionären Ideen weiß gar nicht was es soll ist schlimm ist noch irgendwo nee lage der Provinzen plus die da oben okay das sind ja keine vergessen das wollen wir ja nicht sagten so die Überdehnung ja steht um die 100% ansonsten haben wir alles gekort französische Nationalisten malöchen das wird vor die Festung befreit geben wir doch mal da hoch würde ich sagen ich habe schon wieder zwei Händler man 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 oh Gott es kann nicht mal mehr richtig angezeigt werden 690 verdienen wir hier wow eine Menge Asche eigentlich brauchst du gar keine Händler mehr weil ich schöpfe eh überall ab das ist eh wurscht weil das Land hatte eh alles hier am Ende und wie man sieht bleibt nichts in den Provinzen hier an Geld außer hier komischerweise ja gut ist hier von den Dingen so gut ist ja noch ein bisschen steigern wenn wir die da hinschicken was was kriege ich dann äh Mission nachsteigen minus drei globaler um plus a ok mehr Unruhe der Rest kann mir eigentlich egal sein es kommt bis spät jetzt wo ich gerade das Zeug eingesetzt habe ne nö machen wir nicht das kommt nicht in die Tüte her äh Lüchen und brauche ich eigentlich gar keine Einheiten mehr das Ding war auch schon voll ausgebaut was macht der Hanama-Kanal der war fertig ne ey suche es Kanal und hier oben der Kanal zur Hälfte ok na schön das machst du mit den Händlern keine Ahnung ich weiß es nicht keine Ahnung schick dir jetzt mal hierher hier wäre eventuell wichtig alles total uninteressant mittlerweile sehr schön kann ich hier noch irgendwas ausbauen vielleicht nicht genug Entwicklung na ganz toll schick dir jetzt mal das muss nicht sein das muss nicht sein ach so da wird gerade was gebaut das geht nicht weil das nicht mir gehört haha den sind wir etwas schwierig mit dem Ausbau das kann ich alles nicht ausbauen hier also ist kein Start ja ne das soll jetzt nicht das Problem sein so machen wir noch ein paar Welthäfen hier auch noch ein bisschen Geld reinstecken ich hab's ja oh gibt's da hier auch eine Schnellwahl drüber ne ne ich glaube nicht das geht hier doch über drei leider nicht ja schade genau die Handelsdepots bauen warum nicht warum nicht ich brauch's zwar nicht aber was soll's ist ja wurscht ist ja wurscht im Grunde so Apachen machen wir auch noch weg kurz spanische Nationalisten ok muss ich auch noch weg Dankeschön die hier kann ich jetzt halt noch nicht erobern weil bis 83 muss ich da noch warten ist ja doof ich halte es an so kleinen Nationen hier wie nervig das muss man jetzt schon mal sagen die Transilvane und die Ungarn machen Aufstand ok dann sollte das mal versuchen Deckel so wie es halt muss sein sehr schön so dann haben wir noch Großbritannien da kümmern wir uns dann auch gleich noch drum was ist hier mit denen hier und weh die lassen hier irgendwie Karibik aus da die Piraten aber dann wäre schön wenn wir sich das hier noch die Briten holen oder so das wäre es was wird den hier ach die sind noch dabei ok sehr gut Silberflaster aus der Spanien ist eingelaufen nett nicht dass ich es nötig hätte aber ok ist ja nicht so dass wir kein Geld hätten und weiter konvertieren Dankeschön was annektiere ich denn gerade ach nur einen das ist aber nicht viel ach da fehlt es an Dingen so Neu Spanien kann ich deine Schulden bezahlen du hast keine Schulden kann ich das mal reduzieren beschwichtigen könnte ich auch noch ein bisschen Florida wie geht es dir so kann ich auch noch beschwichtigen so wieder keiner reputiert ne das wollen wir ja nicht hat uns Provinz gebratscht das sollen sie mal nicht so haben echt mal bei mir gibt es keine aufständischen im Grunde sind es nur noch die 2 3 ne das ist so richtig ja auch die 3 hmm kriege ich das ja noch irgendwie hoch wahrscheinlich nicht ne können Geschenk senden beeinflusst haben wir schon die können wir noch beeinflussen so ähm hat hier noch jemand Schulden ja von dem würde ich das eher nicht machen ich möchte dir auf andere Weise eine Art nie der bringt mir Schuldentilgen nicht so viel beliebte Mathematiker du solltest da halten okay haben wir den hier drüben eigentlich erledigt ja ne okay sehr schön so gefällt mir das jetzt jetzt habe ich es echt an den letzten Dings da was mit dem hier oh sowas hasse ich auch wenn sie den letzten Rest noch übrig lassen ich schulden ich schulden guck nee nee oh Was ist das hier? So. Wie schön, wie schön und tschüss. So, wann ist der Waffensticht dann zu Ende? 76, äh, September, ah, ist ja gleich soweit. Sehr schön. Danke, danke. Können wir da gleich angreifen, sehr schön. Die Truppen müssen wir mal entsprechend positionieren. Also ich würde gerne einen hier hinschicken, da greifen wir das in den Lerner an. Kommst du schon mal hier runter? On the way. Oh, die sind mit Großbritannien verbunden, ist ja super. Dann können wir uns die gleich schnappen. Eins Problem sind die zwei hier oben. Die können wir erst 82 angreifen, ja. So, Waffen schon jetzt zu Ende. Perfekt. Wunderbar. Ich schicke noch mal kurz einen hier hin. Könnt ihr höchstens ein Geschenk sein, ne, aber das wird wahrscheinlich auch nicht so viel bringen. Bitteschön. So. Hallo. Okay, erklären wir erstmal den Krieg, würde ich sagen. Auf geht's, rein da. Mal gucken, ob da einer ist. Ich glaube, hier oben war einer. Und du gehst direkt auf die Hauptstadt los und du, ja, belager hier mal. Fangen schon mal an. Achso, hier drücken kann man auch. Da müssen wir auch mal gucken, ob da einer ist. Sieht nicht so aus. Da ist auch keiner. Okay, da kann man hier noch einen rüberziehen. Und den teilen wir auf. Teile mal das Ganze mal auf hier. Die wollte ich aufteilen. Oh, du gehst dran. Wunderbar. Hallöchen. Innovationswelle. Oh, jetzt. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Jetzt will ich das Ganze machen. Ich will es auch nicht mehr haben. Wie ist der Mann der überhaupt? Ich hab mal so angefragt. Oh, der hat auch mal einen Arsch voll. Also. Keine Ahnung, wo die sind. Warum weiß ich es nicht. So. Mal aufteilen, bitte. Danke. So. Der schnappt zu stehen hier. So ist der auch weg. Ah, da unten. Boah. Sollen sie mal machen. Würde ich sagen. Die mucken hier noch alle ein bisschen rum. Aber ist okay. Okay. Große Erwartungen. So. Wegen mir. Helfen wir euch mal ein bisschen. Oh. So wie die blockieren hier. Das wäre ganz nett. So. Das wäre mal lustig. Die hat gar keinen Bock mehr hier. Da hab ich das Gefühl. Danke. Oh. 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 Hab ich eins vergessen. Hoppala. Mhm. Mhm. Ja, dann kommen wir hier runter. Das passt schon. Die Protokiesen machen wieder Ärger. Nö, nö. Ah, da wird schon belagert und mir helfen noch ein bisschen. Würde ich sagen. So. Mal gucken, wie fleißig die sind. Da ist noch eine Truppe. Ja, aber das sollte an sich alles kein Problem sein. Oh, wie doch. Äh. Ich hab das noch vor dem. Ne, ne. Sieht nicht so aus. Ah. Ne. Doch. Komplett besiegt. Wunderbar. Das hier fällt mir an. Da ist auch keiner da. Ist keiner. Okay. Irgendwie ist ja keiner. Kann das sein? Das wäre gut möglich. In Bayern. Bin da, wo sage ich. Okay. Ah, siehst du London schon wieder erobert. Easy peasy. So. Haben das Ganze hier auch noch. Die können eigentlich hier den hinteren Teil übernehmen. So. Dann habe ich hier oben den Teil. Kannst du mal da hin. Kannst noch da hin. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt hängen sie alle wieder drauf. Oder was? Ist auch geil. Okay. Dann soll das so sein. Ja, ja. Die lästigen. Rebellen. Immer. Nee. Dann soll es nur. Danke. War hier noch was? Nee. Start. Mir war so. Okay. War hier noch was? Dann halt nicht. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Da ist nichts. Überall nichts. Na gut. Ah. Da ist eine Rebellen gekommen. Hallöchen. Die hängen bisschen auf der Festung ab. Wenn wir uns hier mal sammeln. Nee. Du nicht da lang. Ich danke vielmals. Ihr geht mal schön hier runter alle. Dankeschön. Die können ja gar nichts mehr machen gegen uns. Das ist ja unmöglich. Erledigt. Los und das hier drüben. Da sind wir durch. Easy peasy. Kann man das stören? Ja komm. Wir nehmen mal den ihre Truppen. Ah es war eh easy. Easy going war das ja. Okay dann kommen wir hier rüber. Dann schlappen wir uns noch. Kirona. Ich glaube schon mal da sind. Ah da sind wir drüben. Tag seit Tagen können wir schon mal rausnehmen. Ah okay. Die wollen doch nicht. Ah. Verbindete Publikation. Ja. Jetzt mucken sie aber ganz schön auf. ja. Nö nö. Nö nö. Nö nö. Okidoki. 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 So gewählen wir das. So muss das. So. So. So die hier drüben graben auch weg machen. Gut dann würde ich mal sagen sehen wir uns dann wieder zunächst in Folge. wenn wir dann so die letzten Nationen auf den Rest geben. Ich denke mal das war die vordert jetzt. Müssen wir mal gucken. Aber ich denke schon. Also viel mehr brauchen wir eigentlich nicht mehr machen. Würde ich mal sagen. Wird hier noch ein bisschen Geld in den Hintern stecken. Aber ansonsten. Müsste ich jetzt auch nicht mehr. So. Ob wir diese Dings hoch kriegen. Rechtzeitig. Ich glaube nämlich eher nicht. Müssen wir mal sehen. Gut. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Wahrscheinlich der letzten dann. Mal gucken. Bis dann. Ciao. Ciao.